Die eigentlichen Methoden zur Ermittlung des Personalbedarfs. Achtung, statt Methoden kann man hier genauso auch sagen Instrumente. Und es wird der Tag kommen, da heißt es dann Tools. Denn Instrumente sagt ja auch kein Mensch mehr, das heißt ja dann Tools. Weil wir ja irgendwie uns so langsam von der deutschen Sprache verabschieden. Und diese Methoden-Tools kommen jetzt. Kennzahlen, hatten wir gerade schon kurz erwähnt. Dann die Schätzung. Ja. Kennzahlen, Schätzung, Umrechnung, Hochrechnung. Und Trends. Diese Struktur, Struktur vor Inhalt, das ist vielleicht das wichtigste Lernprinzip überhaupt. Also wir müssen einsteigen in ein Gebiet, in dem wir uns die Struktur des Gebietes klar machen. Wir müssen uns den Baum anschauen, ehe wir die Maserung der Blätter untersuchen. Und das ist, ich sagte aus Eingang, ein riesen, riesen Fehler, dass die meisten es nicht tun. Und es ist der schnellste Weg, um die Leute in die Verwirrung zu tragen. Wenn man, sagen wir mal, unser Lerngebiet ist wie ein Gebäude, dann ist es sinnvoll, sich das Gebäude von außen anzuschauen und sagen, das Gebäude hat vier Etagen zum Beispiel. In jeder Etage haben wir, sagen wir, fünf Räume, aber in der dritten Etage ist eine Ausnahme, da haben wir sieben Räume. Das ist strukturelle Orientierung. Was machen die Leute? Die nehmen ihre Studenten an die Hand, rasen in die vierte Etage, den Gang durch ins letzte Zimmer und da unter dem Bett, da ist im Moment was total Interessantes. Was der Student überhaupt nicht einordnen kann, was aber den Lehrenden im Moment total interessiert. Und wo er sich auch profilieren kann, weil er sich da im Moment gerade mit beschäftigt. Und dann erzählt er den Leuten, was da in der vierten Etage im letzten Zimmer unterm Bett los ist. Und nachher werden die Leute gefragt, wie sieht das Gebäude denn aus? Und die Leute wissen es nicht. Und die Prüfer schauen sich entsetzt an und sagen, die Jugend geht zum Teufel. Es ist alles ganz schrecklich, die Leute wissen nichts mehr. Das liegt aber zum Wesentlichen daran, wie es vermittelt wird. Deswegen dieser strukturelle Überblick. Und wenn Sie wiederholen, schauen Sie sich die Struktur an. Bleiben Sie bei der Struktur. Wenn Sie die Struktur haben, können Sie die Inhalte abrufen. Wenn Sie sich auf die Inhalte konzentrieren, können Sie die Struktur nicht abrufen. Das ist der wesentliche Unterschied. Hier ist also ein Schwerpunkt auch, wo Sie auch rein zeitlich länger verweilen sollten als bei den Inhalten. Über die Struktur können Sie die Inhalte abrufen. Das ist das Geheimnis. Unser Gehirn reagiert auf Auslöser. Unser Gehirn behält alles. Es wird alles gespeichert. Das Abrufproblem ist das entscheidende Problem. Das heißt, wir brauchen den Auslöser. Und Auslöser kriegen wir über die Struktur, nicht über den Inhalt. Also das ist die Struktur hier. Die Nore Saевич bewegt sich mal auf die Struktur. Aufhören, das ist die Struktur. Die Struktur wird aller bei der Struktur in der Akkabwehr. Dann können Sie zwischen den Inhalt aus turnen hoch BE e goat.